Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg Baden-Württemberg besitzt rund 800 kommunale öffentliche Bibliotheken, über 50 wissenschaftliche Bibliotheken und viele weitere Spezialbibliotheken in Trägerschaft des Landes. Sie bieten Zugang zu Informationen, Büchern und digitalen Diensten, richten Veranstaltungen aus und vieles mehr. Im Jahr werden sie ca. 35 Millionen Mal besucht. Viele Bibliotheken in Baden-Württemberg leisten hervorragende Arbeit. Darum haben der Bibliotheksverband Baden-Württemberg und die Sparkassen Baden-Württemberg gemeinsam die Auszeichnung Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg geschaffen. Dafür können sich im jährlichen Wechsel öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken bewerben. Die Auszeichnung gibt es für zwei Kategorien. Der Hauptpreis wird an Bibliotheken verliehen, die sich durch ein besonders gelungenes, wegweisendes Angebot abheben. Der Förderpreis unterstützt die Umsetzung neuer Ideen und konkreter Vorhaben. Ob Digitalisierung, Leseförderung oder andere innovative Projekte. Die Bibliotheken in Baden-Württemberg Bildung und Kultur für alle Preiswürdig Die Verleihung der Auszeichnung Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg ist Teil der Aktion Tag der Bibliotheken in Baden-Württemberg und wird freundlich unterstützt von den Sparkassen Baden-Württemberg und Lotto Baden-Württemberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017